Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zum Eingemachten, denn daran geht's heute. Ja, heute wollen wir uns mit mehrdimensionalen Arrays beschäftigen und die sind tatsächlich für viele eine Schwierigkeit, die neu mit dem Programmieren anfangen. Das heißt, stellt sicher, dass ihr die bisherigen Konzepte wirklich verinnerlicht habt. Deswegen habe ich da auch jetzt so viele Übungen reingemacht, weil ich weiß, erfahrungsgemäß haben hier ein paar Leute Schwierigkeiten. Ihr werdet wahrscheinlich noch relativ schnell damit gut klarkommen, aber gebt dem Ganzen ein kleines bisschen Zeit und vor allem auch ein bisschen wirklich Zeit, dem, was bisher kam, sich zu setzen. So, mehrdimensionale Arrays sind im Endeffekt ganz normale Arrays, allerdings Arrays aus Arrays. Das heißt, wir haben ein Array als Eintrag in einem Array und das jedes Mal. Das hört sich erstmal komplett wahnsinnig an, warum würde man sowas tun? Aber ich zeige euch mal ein kleines praktisches Beispiel. Und dieses praktische Beispiel ist Schach. Wir haben beim Schach hinten zunächst einmal Turmläuferpferd oder so, I guess. König oder Königin, eins von beiden ist egal. Dann wieder vier, drei und zwei, ich habe keine Ahnung von Schach. Aber egal, zumindest ganz grob sollte das stimmen. Dann haben wir hier acht Bauern, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann haben wir einen Haufen gar nichts und das haben wir ein paar Mal. Und zwar haben wir das einmal, dann zweimal, dreimal, viermal und dann sollten wir nochmal diese zwei Zeilen andersrum haben. Also einmal noch die hier und dann einmal die hier. Das heißt, so sieht eigentlich ein Schachbrett aus. Wie würdet ihr das darstellen, wenn ihr so ein Schachbrett bei euch modellieren müsst? Nun, die einfache Antwort ist, äh, gar nicht. Die zweite Antwort ist mit mehrdimensionalen Arrays. Man kann es auch mit einem eindimensionalen Array machen, aber das ist wahrscheinlich sogar noch schwieriger als mit zweidimensionalen. Und deswegen haben wir einfach ein Array aus diesen, ähm, aus diesen Reihen. Das heißt, wir haben ein, ähm, wir haben, das hier ist eine, eine Zeile, ja. Und in jeder dieser Zeilen, also jede dieser Zeilen ist ein Eintrag in unserem Gesamtarray vom Spiel. Das heißt, wir haben ein Array aus acht Zeilen, ja. Und jede dieser Zeilen wiederum ist ein Array aus acht Feldern. Also im Endeffekt haben wir acht mal acht sind 64 Felder. Ähm, und ja, dadurch bekommen wir eben dieses wundervolle Zahlenwirrwarr, was wir hier haben. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt ein, ähm, war Zeile, ja, oder Zeile 1 ist gleich Array of. Und ich würde das jetzt tatsächlich mal als Array of tatsächlich hier diese 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 2 machen. Das wäre ein Array, ähm, das wäre dann auch tatsächlich die Zeile 8 nochmal und so weiter und so fort. Also im Endeffekt ist das hier wirklich das, was wir brauchen, ähm, um eine Zeile darzustellen, ja. Und jetzt kann ich mir das natürlich hier einfach kopieren und euch währenddessen pausieren, weil das wirklich nur Schreibarbeit ist, dass ich das hier fertig stelle. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt haben wir hier tatsächlich acht Zeilen dieses Schachfeldes modelliert mit diesen, ähm, naja, diesen Zahlen. Wir haben quasi die Figuren als Zahlen dargestellt und ja, jetzt bauen wir unser gesamtes Feld und das machen wir in einem mehrdimensionalen Array. Das heißt, wir sagen hier Spielfeld, also als Variable, war Spielfeld ist gleich Array of und dann können wir hier tatsächlich sagen Zeile 1, Zeile 2, ups, Zeile, Zeile 2 und dann kopiere ich das mal, Zeile 3, ups, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, und jetzt haben wir tatsächlich unser erstes mehrdimensionales Array erstellt, denn das hier ist ein Array, das hier ist ein Array, das ist eins, das ist eins und so weiter und so fort und wir packen die alle zusammen in ein großes Array, ähm, das mehrere Arrays beinhaltet. Dabei ist nicht relevant, ob jetzt wirklich alle Arrays, dass dieselbe, ähm, Länge haben muss. Das ist völlig egal, ob das hier jetzt acht oder neun Einträge hat, das macht dem, nach dem Spielfeld eigentlich nichts aus. Aber, so kann ich jetzt natürlich super einfach sagen, hey, ich möchte jetzt zum Beispiel eine Figur bewegen. Das heißt, was ich zunächst einmal mache, ist, ich möchte euch erstmal, als kleine Übung, pausiert mich dazu bitte wieder, damit ihr es selber macht, möchte ich euch bitten, mit zwei Vorschleifen, die ineinander sind, das ganze Spielfeld ausgeben zu lassen. Okay? Ja, und dann hören wir uns gleich wieder. Okay, so, da bin ich wieder. Ähm, wir wollen uns heute oder jetzt direkt erstmal das Array ausgeben lassen, und zwar jedes einzelne dieser Elemente. Das heißt, wir sagen hier, for Zeile in Spielfeld, also Achtung, nicht cheaten, nicht einfach hier die Zeilen ausgeben, sondern wir gehen schon über Spielfeld. Ähm, for Zeile in Spielfeld machen wir was? Naja, für jede Zeile wollen wir diese, diese Zeilen-Code hier ausführen. Und da sagen wir, naja, gut, okay, für jedes Feld in Zeile wollen wir was machen? Wir wollen hier drin das Ganze einfach ausgeben. Und zwar Printfeld, und, äh, was wollen wir dann noch machen? Printfeld, Print, ähm, machen wir, machen wir ein Komma. Und am Ende sagen wir, also wenn die Zeile ausgegeben ist, ganz, dann sagen wir, jetzt fängt eine neue Zeile an, also machen wir eine neue, ähm, eine neue Zeile auch in unserer Ausgabe. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, äh, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 2, dann die ganzen Einser, dann einen Haufen Nuller. Und das ist jetzt unser Spielfeld. Cool. So, und jetzt können wir tatsächlich auch sagen, okay, wir wollen einzelne Einträge verändern in unserem Spielfeld. Und das machen wir wie folgt. Ähm, wir können hier tatsächlich einzelne Einträge ansprechen, indem wir hier einfach wirklich wie auf ein normales Array drauf zugreifen. Nun müssen wir jetzt ein bisschen umdenken, dass ja jedes Mal, wenn wir auf das Spielfeld zugreifen, ja gleichzeitig auch noch, ähm, innen drin auch noch ein Array ist. Das heißt, wir sagen hier einfach, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel, ähm, ich mach das mal ein kleines bisschen größer, so dass man das ganze Spielfeld sieht. Wir wollen hier drin diesen Bauer ein, äh, zwei Felder nach vorne gehen lassen. Okay? Das ist ein Bauer, ihr wisst, eins steht für Bauer in dem Fall. Ähm, und den wollen wir hierher schieben. So, wie machen wir das? Nun ja, ähm, ich mach das mal hier über diese Vorschleife. Bevor wir es ausgeben, dann sehen wir auch gleich die Veränderung. Wir gehen her und sagen, okay, wir wollen das Spielfeld verändern, also müssen wir auch das Spielfeld oder irgendwas am Spielfeld zuweisen. Und zwar an der Stelle, so, jetzt, welche Zeile wollen wir denn verändern? Wir wollen eigentlich zwei Zeilen verändern. Wir wollen einmal diese Zeile verändern, weil hier steht der Bauer danach nicht mehr. Ja, das heißt, wir wollen Zeile 1 verändern. Das ist Zeile 0, das ist Zeile 1, also das ganze Ding hier ist Zeile 1. Das ist Zeile 0, also wollen wir Zeile 1 erstmal verändern. Und dann, welche Spalte wollen wir eigentlich verändern? Nun, das ist die 0, 1, 2, 3. Also sagen wir hier von 3 ist gleich, so, was muss dann da wohl stehen? Wenn der Bauer da nicht mehr steht, dann ist da leer, also sagen wir 0. Und gleichzeitig wollen wir auch noch, dass unser, ähm, unser, 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 unser Bauer hier landet. Und das heißt, welche Zeile wollen wir verändern? Naja, 0, 1, 2, die dritte Zeile wollen wir verändern. Und dieselbe Spalte, weil der Bauer natürlich nur direkt nach unten ziehen kann, also auch die Spalte 3, die wollen wir auf Bauer stellen, also 1, weil da ist ja jetzt ein Bauer und 1 steht für Bauer. So, und wenn wir das jetzt hier ausführen, dann sehen wir hier, bam, unser Bauer ist nach unten gezogen. Wunderbar, oder? Hat doch Spaß gemacht. Ja, und so funktionieren eigentlich auch mehrdimensionale Arrays. Ihr könnt natürlich noch viel, viel mehr hemmen gehen, wenn ihr wollt, und einfach sagen, hey, ähm, das sind keine Integer-Einträge hier, das sind auch Arrays. Ihr könnt das so oft machen, wie ihr wollt, also ihr könnt hier auch ein Array auf reinbauen, ähm, 1, 2, 3 oder sowas. Und dann könnt ihr hier von mir aus noch ein Array aufbauen, Array of 1, 1, 1, also das, das geht genauso, kein Problem hier. Ähm, ihr könnt das so oft machen, wie ihr wollt. Irgendwann wird es halt unübersichtlich, aber, ähm, es ist tatsächlich, also vor allem in der Computergrafik sind vierdimensionale Arrays definitiv nicht unüblich. Das ist jetzt ein vierdimensionales Array, wenn wir Spiegelfeld mit einbeziehen, weil wir ein Array of Zeile 1, und Zeile 1 wiederum ist ein Array aus einem Array aus einem Array, ähm, also nichts Ungewöhnliches in der Computergrafik. Ähm, also wenn man wirklich an, ähm, Engines geht, wie zum Beispiel die Unreal Engine oder Unity oder sowas, dann ist das wirklich nichts Besonderes. Allerdings, für den normalen Gebrauch sollte euch ein zweidimensionales Array ausreichen, denke ich mal. Ja, ähm, wenn ihr Lust habt, dann baut ihr gerne euer Schacht noch ein kleines bisschen weiter, spielt damit ein bisschen rum. Und vielleicht könnt ihr ja sogar ein kleines bisschen If und Else und so weiter einbauen, dann könnt ihr da sogar ein kleines Spiel draus machen, dass der Computer quasi gegen sich spielt. Eine Simulation sozusagen. Okay, und ja, das war's von meiner Seite. Ich weiß, das ist eine große Aufgabe, also ihr müsst das nicht machen. Es gibt auch hier noch keine Lösung dazu, ähm, das werden wir vielleicht später mal noch machen, wenn's euch gefällt. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.